Ich bin online, grüß Gott, liebe Freunde, in Beerenke wir sind zum dritten Mal bei euch zu Gast und wir bedanken uns, dass wir auch vorher wieder ein bisschen dieses großartige Festival mit österreichischer Blasmusik für euch versüßen dürfen. Wir sind die ganze Nacht im Bus gesessen, haben am Nachmittag geschlafen, so steht einen wunderschönen Abend gemeinsam mit legendären Blasmusik, meine Tufa-Ranka, nichts im Wege. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen und wir freuen uns, dass wir wieder da sein dürfen bei euch in Beerenke. Ja, ich glaube, das mit dem Deutsch sprechen, das hat die letzten Jahre schon ganz gut funktioniert. Ist das in Ordnung? Wenn ich, ja, ich habe nämlich auch gelernt, letztes Jahr, ihr habt mir gelernt, ich habe gesagt, hallo Holland und ich bin fast, hallo Limburg, jetzt weiß ich es. Wir haben mit einem Marsch begonnen aus Österreich, aus Tirol, wilder Kaiser, ein Werk in Tirol. Toller Marsch von Robert Rabansa und wir machen weiter mit einer Polka von Michael Gruber. Er kommt auch aus Tirol, er hat eine tolle Polka komponiert, sie heißt Conny Polka. Etwas Flottes zum Macht werden wir am heutigen Nachmittagabend hier verbinden mit der Conny Polka. Und jetzt kommt auch aus Tirol, er hat eine tolle Polka, sie heißt Conny Polka. Und jetzt kommt auch aus Tirol, er hat eine tolle Polka, sie heißt Conny Polka. Und jetzt kommt auch aus Tirol, er hat eine tolle Polka, sie heißt Conny Polka. Und jetzt kommt auch aus Tirol, er hat eine tolle Polka, sie heißt Conny Polka. Das war's. Das war's. Das war's.